Ja, hallo, ha, ja, hallo, ja, jetzt, jetzt kommt eine sehr schöne Geschichte, äh, über ein, über, über Willi, Willi, oh, ja, ich hab es nicht so mit dem Willi, da hab ich so Probleme, das ist aber noch von früher, da braucht ihr euch keine Gedanken zum, also, ja, ich, so, die Geschichte handelt von einem, von einem, von einem, oh, Warzen, oh, was ein schweres War, Warzenschwein, ja, von Willi, dem Warzenschwein, ja, viel, äh, viel Spaß. Willi, das Warzenschwein, ist jetzt wieder ganz allein, saß auf einem dicken Stein und fällt ins Wasser rein. Willi ist jetzt nass geworden, muss er sich schon Handtuch bohren, hat das Handtuch nass gemacht, drum hat er's nicht zurückgebracht. Willi, das Warzenschwein, ist jetzt wieder ganz allein, saß auf einem dicken Stein und fällt ins Wasser rein. Willi hat Angst und Frust, hatte keine Lebenslust, stürzte sich von seinem Stein, entgültig ins Wasser rein. Ja, war doch ne schöne Geschichte, oder?